Hallo, wir sind hier mit dem Jürgen und machen ein paar Aufnahmen heute. Wir werden am Ende Juni 2021 mit unserer Band geprobt, Worship in Unlimited. Und plötzlich entstand ein neues Lied und das möchte ich wieder euch teilen. Singt gleich mit, Melodie ist ziemlich eingängig. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so werden wir sein wie die Träumenden. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so wird es euch Gottes sichtbar. Was geschieht? Blinde Augen werden aufgetan und Wärme werden wieder springen. Tauben Menschen werden wieder hören. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so werden wir sein wie die Träumenden. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so werden wir sein wie die Träumenden. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so wird es euch Gottes sichtbar. Zeichen und Wunder werden geschehen. Zeichen und Wunder werden geschehen im Himmel und auf der Erde. Viele Menschen werden staunen über Gott. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so werden wir sein wie die Träumenden. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so werden wir sein wie die Träumenden. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so werden wir sein wie die Träumenden. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so wird es euch Gottes sichtbar. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so werden wir sein wie die Träumenden. Heilungsströme fließen für Körper, Seele und Geist. Jede Krankheit ist besiegt in Jesu Namen. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so werden wir sein wie die Träumenden. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so werden wir sein wie die Träumenden. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so werden wir sein wie die Träumenden. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so wird es euch Gottes sichtbar. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so werden wir sein wie die Träumenden. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so werden wir sein wie die Träumenden. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so werden wir sein wie die Träumenden. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so werden wir sein wie die Träumenden. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so wird es euch Gottes sichtbar. und wenn wir überhaupt nicht tun, wenn der Himmel die Erde berührt, so werden wir sein wie die Mädels aufgerachtet, herumsch voyagekam. Und wenn der Himmel die Erde, so werden wir sein wie die Träumenden. Und wenn der Himmel die Erde zubern, bearings Dreamsteil. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so werden wir sein wie die Träumenden. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so wird es nach Gottes sichtbar. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so werden wir sein wie die Träumenden. Und wenn der Himmel die Erde berührt, so wird es nach Gottes sichtbar. Komm, Reich Gottes, geschehe Wille Gottes, hier in Duisburg und in Deutschland. Komm, Reich Gottes, geschehe Wille Gottes, wie im Himmel, also auch bei uns. Vater, ich bete, dass die Leute, die gerade jetzt Zuschauer etwas spüren, davon, wie die Gegenwart Gottes in ihren Raum hineintritt, mit denen es sich verändert. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!